und das live streaming ist gestartet ja dann darf ich sie euch alle ganz ganz herzlich begrüßen zu unserer fraktion vor ort veranstaltungen der spd-bundestagsfraktion klar das thema pandemie wie kommen wir da alle gemeinsam durch und ich freue mich ganz ganz besonders einen weiten anfahrtsweg hatte sie nicht aber trotzdem nimmt sie sich die zeit um mit mir mit uns hier zusammen zu diskutieren und uns sozusagen auch mitzunehmen in dem was gerade aktuell passiert freue mich dass bärbel baas die stellvertretende vorsitzende der spd-bundestagsfraktion sich die zeit hier genommen hat sie ist zuständig gerade für das ganze große thema gesundheit aber auch für bildung und forschung das darf man immer finde ich gerade in diesen pandemie zeiten nicht an den teppich kehren weil auch dort glaube ich ganz ganz vieles schlummert was uns noch ganz ganz viel beschäftigen wird aber ich will natürlich weder bärbel noch der diskussion vorgreifen ich hatte das ja gerade schon gesagt wer nachher was fragen möchte oder was sagen möchte man muss nicht nur fragen stellen sondern kann natürlich auch statements hier abgeben wichtig ist vielleicht dass man kein co-referat macht sondern dass sich alle wirklich bemühen kurz und prägnant zu reden zu fragen das wäre mir wichtig ansonsten würde ich auch irgendwann sitzungsleitend da reingehen jetzt liebe bärbel vielen dank für alle die das übrigens auch organisiert hier haben die mitgeholfen haben jetzt bärbel hast du das wort für deine einführenden worte und dann verdienen wir gar keine zeit und gehen direkt rein bärbel schön dass du die zeit genommen hast du hast das wort ja herzlichen dank sören auch für die einladung hier nach marburg ich bin aus duisburg zugeschaltet also ein robot kind und insofern bitte ich jetzt schon um verzeihung wenn meine sprache manchmal ziemlich deutlich ist an mancher stelle aber ich will vielleicht gerade was zur lage sagen damit wir relativ schnell vielleicht auch in die diskussion kommen was wir gerade in berlin auch aktuell diskutieren was man natürlich auch in den nachrichten und so weiter verfolgen kann aber vielleicht einfach so zu zum hintergrund ein paar einführende worte und mir ist auch bei diesen ganzen schalten die ich jetzt die letzten tage und schon wochen mache auch immer wichtig man muss nicht immer eine frage stellen sondern ich glaube dem sören und mir kommt auch darauf an dass wir mal so ein bisschen hören wie bestimmte dinge vor ort einfach ankommen wie sie bewertet werden wo es bei umsetzung hapert was schwer zu verstehen ist manchmal wo man vielleicht einfach ein bisschen hintergrund noch haben möchte sofern wir das leisten können also daran ist wie gesagt mir auch immer sehr gelegen weil wir in berlin natürlich viele gesetzes vorhaben machen verordnungen die wir als parlamentarier nicht verabschieden aber die bundesregierung und die länder vor allen dingen machen ist natürlich für uns trotzdem ganz spannend zu wissen wie das umgesetzt wird zur lage will ich sagen jetzt habe ich gerade gesagt wo ich herkomme in duisburg ist es so dass wir seit 14 tagen fast eine verdoppelung der inzidenzzahlen haben wir waren vor 14 tagen noch so bei 60 sind jetzt bei 112 angekommen gehen wahrscheinlich wenn die tendenz so weiter steigt richtung 150 in den nächsten nächsten tagen und mein oberbürgermeister hat heute die notbremse gezogen gegen das land die kitas wieder zu schließen und in die notbetreuung zu gehen weil er einfach die befürchtung hat dass die das rapide ansteigen der inzidenzzahlen nicht mehr beherrschbar ist wenn er noch länger wartet so ist im moment zumindest der bericht weiß nicht wie das wie das in marburg ist aber vielleicht kann der ein oder andere dass er vielleicht hatte da die hintergrund zahlen und kann ein bisschen was dazu sagen das bedeutet wir haben im moment diese britische variante b117 die sehr stark auf dem vormarsch ist die fast in allen tests sie ausgewertet werden auch schon vertreten ist und das bedeutet oder wir wissen zumindest sie ist infektiöser und es gibt auch erste erkenntnisse dass sie insbesondere auch bei den jüngeren also nicht nur bei den ganz alten wie wir das bisher hatten also bei den über 80 jährigen menschen zu schweren verläufen führt sondern zwischenzeitlich auch bei jüngeren generationen zu erkrankungen führt und zu dem ein oder anderen schweren verlauf soweit vielleicht erst mal was uns im moment umtreibt bei den weiteren maßnahmen denn eigentlich war ja geplant dass wir weitere öffnungsschritte machen und das ist moment die gemengelage die uns die uns da beschäftigt das thema impfen beschäftigt uns an zweit an zwei bereichen ich will mal mit dem positiven anfangen wenn wir sehen dass die priorisierung die wir gemacht haben insofern richtig war dass wir begonnen haben mit den stationären pflegeeinrichtungen mit dem pflegepersonal stellen wir deutlich fest dass die zahlen derer die schwer erkranken oder auch die todesfälle deutlich nach unten gehen die zahlen also reduziert sind das ist positiv und das ist ein erfolg und daran kann man sehen dass die einzige perspektive eigentlich das thema impfen ist um uns durch diese pandemie zu bringen und deshalb will ich sagen dass das positiv negativ ist natürlich nach wie vor dass wir nicht für alle die geimpft werden wollen jetzt schon ausreichend impfstoff haben das wird voraussichtlich im juni juli august sein dass wir sehr viele impfdosen geliefert bekommen wenn nicht wie bei astrazeneca zum beispiel noch irgendwelche dinge dazwischen kommen da können wir gleich gerne auch noch mal darüber sprechen ich will das jetzt erst mal nur kurz anmerken also positiv ist es zeigt wirkung bei denen die geimpft wurden dass selbst wenn es nachweise gibt dass sie sich erneut infizieren gibt es keine schweren verläufe mehr insbesondere bei der älteren generation wo wir die priorisierung ja auch gesetzt haben und bei chronisch kranken geht merklich die die gehen die schweren verläufe runter und so weiter das ist positiv das zweite was wir nach einem jahr pandemie haben wir haben verschiedene test möglichkeiten wir hatten vor einem jahr wer sich erinnert diese sogenannten pcr tests nur die etwas länger dauern bis sie ausgewertet sind sehr zielsicher und genau sind zwischenzeitlich haben wir aber auch diese sogenannten schnell tests die durch fachpersonal gemacht werden müssen das sind die die so ziemlich weit oben in die nase gehen der sören hat er so seine erfahrung mit schon sich schon oft testen lassen und die müssen durch fachpersonal gemacht werden wir haben aber zwischenzeitlich auch diese sogenannten selbst oder geheimtest ich nenne die immer spuck oder popel test sagen ja auch viele dann weiß man was damit gemeint ist die sind also etwas einfacher nur vorne im nasenbereich die sind auch recht sicher aber man muss bei diesem test immer wissen zum einen kommt es auf die verantwortung des einzelnen anwender diesen test zu hause anwendet ob er sich dann auch an weitere maßnahmen hält falls er positiv ist denn dann muss ein pcr test gemacht haben und man sagt er hält eigentlich nur eine momentaufnahme wie man immer so schön sagt man geht davon aus gut zu 48 stunden könnte man damit durch die gegend laufen aber wie gesagt ist alles mit vorsicht zu genießen die eigentlich wirklich richtige wirkung ist halt das impfen nichtsdestotrotz wenn man über lockerungen oder lockerungs schritte nachdenkt spielt natürlich eine teststrategie eine große rolle insbesondere wenn man sagt der bildungsbereich ist uns sehr wichtig und wir wollen kitas und schulen aufhalten weil wir einfach ja auch gesehen haben da in diesem jahr was es für kinder und jugendliche bedeutet wenn sie nicht in die schule gehen das hat nicht nur was mit bildungsrückstand zu tun sondern eben auch mit sozialen kontakten und da sehe ich gerade jemanden der uns auch zuschaut und da sicherlich auch ein wörtchen mitreden könnte wie es ihm geht wenn er nicht mit seinen freundinnen und freunden zusammen sein kann in die schule gehen kann so und deshalb haben wir auch sehr klar bemängelt dass als verkündet wurde wir machen jetzt einen test jeder kann sich kostenlos testen lassen dass daran nicht wirklich eine strategie hing und dass die schulen jetzt geöffnet wurden obwohl da nicht wirklich getestet wurde also nur es ist von bundesland zu bundesland unterschiedlich aber ich kann das aus NRW sagen da wurde geöffnet es gab keine tests für die schulen niemand hat die schulen darauf vorbereitet so nach dem motto es gab eine e mail am freitag und am montag wurde geöffnet und dann so auf teufel komm raus jetzt geht mal wieder in die schule und ich fürchte fast die quittung haben wir jetzt zumindest in duisburg ist es so dass eben die zahlen wieder über die 100 gehen und eben auch sich zunehmend kinder infizieren jetzt kann man froh sein dass das kinder wenn sie nicht gerade vor erkrankungen haben entweder gar keine symptome haben oder nur ganz milde aber sie tragen es natürlich über ihre eltern auch in die anderen generationen und das ist halt das gefährliche daran und soweit ist im moment die gemengelage die spd fraktion hat sich seit januar damit befasst was lernen wir eigentlich aus dieser pandemie und wo müssen wir den staat eigentlich stärken auch in zukunft neben den aktuellen baustellen die wir haben gilt natürlich auch zu sagen wir müssen den öffentlichen gesundheitsdienst stärken das merken wir ja jetzt weil das eine richtig wichtige nach stelle ist wenn es darum geht kontakte nach zu verfolgen zu unterstützen auch zu kontrollieren und bei uns war es auch so dass die gesundheitsämter vor ort oft so ein schattendasein hatten wenig personal zum teil runter gespart wurden je nach finanzlage der kommune wenig nicht personal hatten und das recht sich natürlich jetzt und auf der anderen seite gab es kaum gemeinsame abstimmung deswegen hat die spd bundestagsfraktion auch gesagt eigentlich braucht es so was wie ein bundesgesundheitsamt damit die gesundheitsämter vor ort einen gemeinsamen ansprechpartner haben einheitliche richtlinien dass sie sich untereinander fachlich austauschen können das ist glaube ich so ein punkt wo wir sagen das brauchen wir auch in zukunft was wir in zukunft brauchen ist natürlich auch der bereich im gesundheitswesen da spielt die daseinsvorsorge eine große rolle wir haben gesehen was für eine belastung auf die krankenhäuser auf den auf den bereich der pflege zugekommen sind wir hatten vorher schon große notstände im bereich der pflege das hat sich jetzt noch verschärft und wir diskutieren natürlich auch gerade wie wir wie wir das mit einer veränderten gesundheitspolitik verbessern können also ich sag mal im bereich der pflege natürlich die forderung die schon lange auf dem tisch liegen wie kommen wir zu besseren tarifverträgen wie verbessern wir die arbeitsbedingungen das haben wir alles auch in einem papier soweit zusammengefasst das nennt sich in solidarität durch die pandemie also das heißt wir beschäftigen uns nicht nur gesundheitspolitisch damit und als gesundheitspolitiker würde ich sagen bloß alles geschlossen lassen aber jetzt gucke ich den söhre mal an es gibt eben auch andere bereiche wo man sagt das hat auch alles wirtschaftliche auswirkungen psychische auswirkung soziale auswirkungen wenn wir wissen was gastronomen der kulturbereich gerade seit monaten geschlossen ist existenzen kaputt gehen psychische schäden entstehen bei den leuten die ihre geschäften seit langem nicht mehr aufhalten können wir haben zwar viel gestützt auch über überbrückungshilfen aber machen wir uns nichts vor das ist das darf kein dauerzustand sein und insofern haben wir eine interdisziplinäre arbeitsgruppe so heißt das wo eben auch die kollegen aus dem kulturbereich tourismus wirtschaft habe ich gerade schon genannt bildung natürlich mit drin sind weil eben der bildungsbereich auch eine große rolle spielt das haben wir jetzt alles zusammengefasst weil es eben nicht nur um gesundheit geht weil wir eben auch gucken müssen was das alles für folgen hat und wir eben auch nicht ewig in diesem lockdown bleiben können auch wenn ich mir im moment aktuell sorgen mache aufgrund der gestiegenen zahlen müssen wir besser werden in manchen dingen das heißt impfstrategie muss besser und schneller werden die teststrategie muss zielgerichtet sein und damit würde ich sagen habe ich schon so ein paar themenfelder aufgemacht jetzt meine vorbemerkung die wir sicherlich gleich auch noch mal gemeinsam diskutieren können vielleicht soweit erstmal für die einleitung von mir an der stelle und jetzt würde ich sagen feuer frei gerne mit fragen anmerkungen und wie gesagt auch gerne astrazeneca da hatten wir heute eine sondersitzung des gesundheitsausschusses wer da noch mal mehr oder genaueres wissen möchte kann ich dann vielleicht gleich auf frage noch mal eingehen gerne ja vielen 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 dank liebe bärbel du hast es jetzt nicht gesehen weil du natürlich gerade zu uns gesprochen hast das ist immer so ein bisschen das schwierige das wäre so wie wir in der echten veranstaltung alle noch mal zettel schreiben und stille post spielen im chat ist schon wieder viel los ich würde es toll finden wenn wir jetzt sozusagen die ganzen statements und fragen im chat kanalisieren in unsere debatte und da ich weiß dass es ihm auf den nägeln bringen brennt und er mir auch schon mehrere mails geschrieben hat würde ich mal beginnen hermann hermann schorge mit dir dass du sozusagen mal deine punkte loswerden kannst hermann du hast das wort du musst dich entstummen du bist noch stumm also jetzt bin ich wohl zu verstehen ich habe den syren schon häufiger angeschrieben und zwar weil ich denke dass wir von einem ganz eklatanten regierungsversagen reden müssen seit oktober die teststrategie beginnt jetzt erst das heißt sie hätte eigentlich beginnen müssen bevor man die schulen und die kitas wieder öffnet man hat lange zeit gedacht zählt selbsttests seien nicht sinnvoll seien nicht sinnvoll weil im grunde genommen die menschen das nicht richtig ausführen aber es gibt namhafte leute wie zum beispiel die vorsitzende des etikrates auf europäischer ebene die frau doktor wogen die empfiehlt eine umfassende teststrategie über zwei wochen um große teile der bevölkerung durch zu testen sie meint dass man damit 60 prozent der dunkelziffer aufdecken könnte natürlich müssen die leute dann in quarantäne gehen und letzter punkt ich will nicht zu lange reden ist die digitalisierung es gibt da diese app luca die müsste eigentlich müssten alle gesundheitsämter der gesamten bundesbundesburg deutschland die referentin hat das ja eben schon gesagt müssten die alle anwenden da ist nämlich eine prompte nachverfolgung möglich nicht über fax nur über excel listen vielleicht reicht das erstmal als statement danke werbel wollen wir ein bisschen sammeln oder möchtest du gleich antworten ne wir können gerne ein bisschen sammeln okay dann hätte ich jetzt noch den den pandel ist jetzt hört man nicht okay ich habe leider kein video an müssen es mal so machen zwei ja mehr fragen zum einen zum impf strategie dass die 80 jährigen zuerst geimpft wurden war gut und notwendig nur jetzt wird es langsam ein bisschen komisch mit den nächsten stufen ich frage mich zum beispiel also ich bin rollstuhlfahrer bin die blind bin den ganzen tag auf assistenz angewiesen abstände können nie gehalten werden warum behinderte menschen vorerkrankt sein müssen oder chronische krank bestimmte krankheiten haben müssen damit sie geimpft werden also wir sind alle die irgendwie auf assistenz angewiesen sind können nie den abstand halten es wäre also dringend notwendig diese gruppe auch in die impf strategie mit rein zu nehmen mittlerweile haben wir erreicht ich arbeite in marburg in einem ambulanten pflegedienst lange zeit wurden wir ja gar nicht als pflegedienst anerkannt wir mussten über den rp gehen das obwohl wir sgb 11 leistungen machen damit wir anerkannt werden jetzt das personal wenigstens testen dürfen aber gerade den bereich den schwerbehinderten also ich frage mich warum die nicht vorgezogen werden und ja bei den lockdown und hat man sich manchmal was öffnen darf und was nicht also ich frage mich weiß nicht ob es da studien gibt also ich frage mich schon warum massagesalons öffnen aber keine gastronomie wo abstände gehalten werden und hygienemaßnahmen gehalten werden und so weiter als kleinen punkt und ganz am anfang fand ich hat man uns auch zu viel hoffnungen muss ich sagen gemacht im november hieß es wir machen einen monat lockdown light und ab dezember kann man wieder alles frei also haben einige etwas den mund vollmundig genommen also ist ein bisschen durcheinander alles aber mein anliegen wäre gerade behinderte menschen mit assistenz dass die doch etwas früher in die impfprojekte kommen ja vielen dank wir haben noch ganz viele weitere fragen aber wer will ich vielleicht kurz was zu sagen ich nehme jetzt jede wortmeldung oder jede meinung im chat als wortmeldung ja da steckt ja auch schon einiges drin bei den beiden fragestellern da würde ich gerne darauf reagieren also ein komplettes regierungsversagen würde ich jetzt natürlich erstmal zurückweisen aber dass viele fehler passiert sind oder dass man mit vielem nicht zufrieden sind das teilen wir natürlich genauso oder ich persönlich auch regierungsversagen will ich dieses wort deshalb das ist ein krasses wort will ich deshalb nicht so benutzen weil wir natürlich auch viel richtig gemacht haben also ich sage mal alleine dass wir in deutschland im vergleich zu anderen ländern immer auch gesehen am anfang sofort mit wirtschaftshilfen auch geholfen haben mit überbrückungshilfen dabei will ich nicht in abrede stellen dass eine november hilfe auch im november kommen sollte vom namen her und nicht erst im januar oder februar also gar keine frage dass natürlich ein paar dinge dann auch schief gelaufen sind die man dann natürlich auch benennen muss aber ich will sagen dass wir schon ganz gut flankiert haben das was da auf uns zugekommen ist auch der gesundheitsbereich der natürlich komplett unter stress stand keine frage aber wir können froh sein dass wir im moment noch ein gesundheitswesen haben und deswegen ist mir das auch so wichtig zu sagen dass ich was das gesundheitswesen angeht auch nicht wieder zurück will auf die zeit vor corona sondern dass wir besser werden müssen aber wir haben wir können zurückgreifen auf einen ganz weiten niedergelassenen bereich wir haben flächendeckend schon immer noch gott sei dank viele krankenhäuser die uns dabei helfen wie gesagt niedergelassene ärzte das haben andere länder nicht also ich vergleiche immer auch so ein bisschen wo wir auf jeden fall auch besser waren als andere länder eine ganze zeit lang wo wir schlechter sind das kann man jetzt im vergleich sehen das ist das thema impfen und das ist ja auch gerade schon mit der impfstrategie angesprochen worden und auch dass es keine wirkliche teststrategie gibt das hat hermann schorge gerade angesprochen das haben wir von beginn an kritisiert als jens spahn ich muss das leider so sagen auf twitter muss man ja sagen verkündet hat ab ersten märz gibt es für jeden kostenfreien test da haben wir erstmal gesagt ja grundsätzlich eine gute idee dass das auch jeder kostenfrei bekommt aber was soll damit bezweckt werden haben wir genug sind überhaupt genug da und dann war man so zögerlich bei diesen selbst test so nach dem motto ob die sicher sind und wir wissen nicht hin und her also manchmal fehlt da glaube ich auch einfach der mut wenn man andere länder sind die sind da mutiger bei uns ist oft dieser sicherheitsfaktor der spielt eine ganz ganz große rolle da sind wir so ein bisschen als deutscher auch in diesem sicherheitselement verhaftet immer die frage wer übernimmt denn die haftung und wie stellen wir denn sicher dass die menschen damit richtig umgehen also da auch mal ein vertrauen zuzulassen dass die menschen die verantwortung durchaus für sich und andere auch übernehmen können das ist geht dann oft verloren da will man immer so ein schutz kokon irgendwie drum ziehen und dann verliert man sich in ewigen debatten und das ärgert uns genauso also das würde ich schon nicht als versagen bezeichnen aber man muss ehrlicherweise sagen es ist nicht alles rund gelaufen und an vielen stellen waren wir vielleicht auch ein bisschen mutlos manchmal oder sehr sicherheitsverhaftet und insofern hat und man hat vielleicht auch dinge falsch eingeschätzt also ich sag mal beim testen zum beispiel dass uns das als überbrückungshilfe bis alle geimpft sind helfen kann dass man da nicht geguckt hat wie schnell kann ich die tests auch zur verfügung stellen kann ich sie produzieren da hat dann der eine mit dem finger auf den anderen gezeigt die 16 bundesländer zeigen mit dem finger auf den gesundheitsminister der sagt ich regele hier nur die kostenfreiheit und werde besorgt und bestellt das sollen die länder machen also da ging das so hin und her und das ist etwas was in der kommunikation viele menschen einfach nicht verstehen weil dieser und daher kommt vielleicht auch der begriff regierungsversagen weil man sagt das muss doch möglich sein dass das sichergestellt wird und diese digitalisierung daran merken wir jetzt so richtig in dieser pandemie dass wir eigentlich wir haben immer gedacht wir werden so toll in der digitalisierung aber wir haben festgestellt es fehlt ein breitbandausbau der schulbereich hinkt total zurück geschweige denn dass lehrerinnen lehrer mit und schulen mit technik ausgestattet sind und als es dann darum ging eine schulklau zu organisieren und und das alles zu machen und das digitalisierung nicht heißt ich verschicke per e mail ein pdf dokument was die schüler dann ausfüllen ist glaube ich auch unter uns einig dass das dass wir das nicht unter digitalisierung verstehen dass wir da total zurück hinken und jetzt nickt sören bartol auch heftig weil er ja auch in diesem bereich sehr stark aktiv ist und sich sich da schon weiß ich nicht die nächte um die ohren geschlagen hat wie wir diese digitalisierung breitbandversorgung breitbandversorgung und so weiter stark machen das hat so richtig offenbart wie schlecht wir an der stelle eigentlich sind und diese luca app ist ja eigentlich nur eine app muss man sagen die die zettelwirtschaft in der gastronomie verhindern würde also dass da jemand mickey maus einträgt und dann nicht im kontakt nachverfolgt werden kann und dass dann die dicken ordner mit den ganzen zetteln bei den gastronomen irgendwo im schrank stehen das würde luca auf jeden fall besser machen schneller machen und ich könnte mit dieser app wenn die vernetzt ist mit den gesundheitsämtern natürlich auch sofort meine kontakte informieren sobald ich positiv bin oder ein anderer der mit mir zur gleichen zeit in der kneipe war positiv ist insofern ist diese app luca wirklich eine tolle ergänzung ich weiß dass olaf scholz in diesem korona kabinett jetzt auch den auftrag gegeben hat das zu forcieren und auch zu nutzen bedauerlich ist dass unsere corona warn app das nicht hergegeben hat sondern dass wir jetzt ein neues ele ein zusätzliches element brauchen das ist die zweite baustelle die sag mal als tiger gestartet ist nämlich die corona warn app und irgendwie als bettvorleger gelandet ist da hat man die mit großen schulterklopfen eingeführt und europaweit gelobt und dann hat man sie nicht wirklich weiterentwickelt also auch das ist da kann man auch sagen das war ein großer fehler und diese luca app wird helfen wenn wir auch in zukunft ja kontaktkonzepte brauchen und wenn dann auch die gesundheitsämter eine schnittstelle dafür aufmachen das würde zum einen die gesundheitsämter ein stück weit entlasten und würde eine kontaktverfolgung auf jeden fall einfacher und besser und schneller machen impfstrategie behinderte menschen ja da haben wir uns als spd sehr früh für eingesetzt allerdings muss ich auch sagen dass eine behinderung ja nicht gleich ein risiko ist sondern deshalb haben wir uns auch konzentriert auf menschen die entweder gesundheitlich risikofaktoren haben oder eben vom alter her besonders betroffen sind das hat ja die ständige impfkommission so ausgewertet weil es ja wenn ich priorisieren muss jetzt nicht um behinderung an sich geht sondern die frage ist welches risiko steht dahinter deshalb war zum beispiel die trisomie 21 recht weit oben in der priorisierung weil man festgestellt hat dass menschen die diese erkrankung haben oder diesen diesen diese trisomie 21 dass die besonders betroffen sind für einen schweren verlauf so und deshalb will ich sagen dass wir behinderte menschen nicht per se irgendwie runter priorisiert haben sondern dass es in erster linie ums risiko ging und natürlich ist wichtig dass menschen die eben viele betreuungskräfte brauchen dass die jetzt auch in der priorisierung schnell geimpft werden also dafür haben wir uns immer stark gemacht dass das insbesondere in einrichtungen passiert und bei uns in duisburg war es so dass wir mobile teams hatten weil natürlich menschen mit behinderung die auch ein risiko haben oft nicht in der lage waren sag ich mal ins impfzentrum zu fahren so und da haben wir zum zumindest vor ort das so gemacht dass wir dann gesagt haben das machen wir durch mobile teams und das ist ja etwas was man vor ort entscheiden kann wenn es risiko patienten gibt und wir einen impfstoff vor allen dingen haben der nicht bei minus 60 70 grad gekühlt werden muss dass man dann mit mobilen teams eben auch die menschen anfahren kann und deswegen war dieser astrazeneca impfstoff eigentlich ein recht guter weil der nicht so stark gekühlt werden muss und weil man da auch mit mobilen teams in der priorität dass dann auch durch impfen kann und wie gesagt bei uns war es so dass das relativ flexibel gehandhabt wurde und diese priorisierungs gruppen die sind immer so fließend im übergang aber ich will einfach sagen wichtig war uns in erster linie wenn man nur wenig impfstoff erst mal die zu impfen die wirklich gesundheitlichen ganz ganz hohes risiko haben und vom alter her ein ganz ganz hohes risiko haben und die haben wir jetzt zumindest in den stationären bereichen fast durch geimpft kann man so sagen und jetzt sind halt die dran die zu hause betreut und gepflegt werden und ein hohes risiko haben und insofern will ich sagen kommen die dran also wir haben es nicht an schwerbehinderung oder so geknüpft oder was heißt wenn ich sage wir das ist die ständige impfkommission sondern sie hat tatsächlich nach risiko geguckt ja und zu den öffnungen habe ich gerade ja schon gesagt eine perspektive dazu entwickeln da können eben diese tests helfen und wir als spd haben immer gesagt eine teststrategie also wenn ich öffnen will muss da eine teststrategie hinter sitzen oder eben ich bin geimpft das ist die zweite variante und impfen einmal in der woche reicht nicht also wie gesagt wenn ich schulen und kindergärten und so weiter offen halten will dann reicht nicht wenn ich einmal in der woche irgendeinen test mache dann muss das regelmäßig passieren und wenn ich halt nicht so viele tests habe dann muss ich eben auch da die priorität setzen dass die tests dann in erster linie erstmal in den bildungsbereich also in kitas und schulen gehen wenn ich den aufhalten will und dann kann ich wenn ich ausreichend tests habe überlegen was mache ich mit meinetwegen museen kultur veranstaltungen und ich glaube gastronomie das wissen fast alle das wird sicherlich der bereich sein der möglicherweise erst zuletzt wieder geöffnet wird weil da kann ich halt wenn ich esse und trinke ehrlicherweise keine maske tragen ich kann zwar in abstand gewisser aber alles was in geschlossenen räumen stattfindet wo ich keine maske trage weil ich da esse und trinke das ist eine schwierigkeit worüber man jetzt diskutieren kann ist wenn das wetter besser wird ob man wieder die möglichkeit gibt außen gastronomie aufzumachen wo du an der frischen luft bist auf deutsch gesagt wo man abstand halten kann wo man unter an der frischen luft ist oder wenn man sagt es gibt lüftungsanlagen und so weiter also wir haben ja viele möglichkeiten und was uns eben als sozialdemokraten stört ist dass da zu wenig darüber nachgedacht wird es wird nur darüber nachgedacht was machen wir zu wie lange halten bis zu gucken starr auf die inzidenzwerte und man diskutiert viel zu wenig welche möglichkeiten habe ich eigentlich über lüftungsgeräte über tests wir haben so viele möglichkeiten die man nutzen kann die werden einfach nicht weitreichend gedacht und deshalb haben wir zumindest uns zur aufgabe gemacht mit unserer arbeitsgruppe auch hier jetzt auch konzepte zu entwickeln und perspektiven aufzumachen die aus unserer sicht mit impfen testen lüften standhalten maske tragen auch möglich sein müssen allerdings nicht alles auf einmal aufmachen sondern schrittweise das will ich auch immer sagen denn es geht auch darum wie mobil die menschen sind wie viele übertragungsmöglichkeiten ich auf dem weg zur kneipe habe nämlich indem ich bus und bahn fahre vielen menschen begegne kontakt möglichkeiten habe das ist für ein virus einfach schön wenn einfach viele menschen zusammenkommen dann hat er insbesondere mit der variante b117 auch noch schönere möglichkeiten und schnellere sicht zu verbreiten und deshalb muss man da aufpassen ich bin aber der festen überzeugen es muss diese perspektiven geben wir müssen das was wir haben an digitalisierung lüftungsgeräten test einfach besser nutzen als bisher denn es ist ja unverständlich dass wir nach einem jahr wo wir diese möglichkeiten ja auch zwischenzeit entwickelt haben wo wir so viele wissenschaftlerinnen und wissenschaftler haben die auch tolle neue dinge entwickeln die dabei helfen können das auch wieder geöffnet werden kann warum wir die nicht nutzen und wir haben jetzt auch ein unterausschuss beim gesundheitsausschuss gebildet der wird jetzt in der nächsten sitzungswoche eingesetzt auch der wird sich damit befassen weil ja auch immer die frage war machen das nur die länder ministerpräsidenten alleine nein wir haben jetzt auch ein unterausschuss gebildet wo genau diese bereiche wirtschaft bildung familie als fach arbeitsgruppen und abgeordnete auch in diesem unterausschuss sitzen und da soll es insbesondere darum gehen wie ich genau diese möglichkeiten die wir jetzt haben besser nutze um öffnungsperspektiven zu geben ich hoffe ich habe ja danke 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 werbe wir haben jetzt ganz viele wortmeldungen deswegen würde ich jetzt ein paar mehr noch dran nehmen damit auch wirklich alle am ende dran kommen ich habe erst mal die familie mündel dann ich lese mal kurz vor damit jeder sich schon mal vorbereiten kann die frau andrejev dann habe ich die gärt nienhaus also jetzt die familie mündel hallo erstmal in die runde ich arbeite ja selbst im krankenhaus und mir geht es wirklich um die impfung dass es jetzt ausgesetzt wird viele meiner kollegen haben die erstimpfung von astrazeneca jetzt bekommen und wir fragen uns warum nicht andere lösungen gefunden werden wie gerinnungstests zu machen vorher um nicht so voreilig zu reagieren weil gerade die wie wir die mit krebspatienten jeden tag in kontakt sind wir können uns zwar mit ffp 2 maske schützen aber es ist so anstrengend und körperlich so belastend und da würde ich einfach gerne mal fragen ob man da hätte nicht eine andere lösung erst mal finden ja vielen vielen dank dann marina andrejev so jetzt ja einen wunderschönen guten abend aus berlin ich habe mal eine frage an sie herr bartol und dann sie frau was war es oder was war es wir reden jetzt hier die ganze zeit von lockerung wir reden die ganze zeit hier von aufmachen was mich allerdings mal interessieren würde das thema management muss besser werden damit schneller geimpft werden kann wir haben keine struktur hier in deutschland also ich sehe nichts wo ich als start up sagen kann ich kann mich darauf verlassen ich sehe nichts was ich wo ich sagen kann ich kann jetzt vielleicht mal mit einer reise planen ja also ich muss zum beispiel als start-up bald nach belarus ja also nach weißrussland und ich weiß nicht ob ich da jetzt einen flug buchen soll oder nicht oder ob ich an der grenze aufgehalten werde weil man mir so sagt, pandemiebedingt können sie entweder nicht ausreisen oder einreisen. Also vielleicht können Sie da als SPD-Bundestagsfraktion etwas dazu beitragen, dass man endlich mal eine militärische Struktur reinbringt, damit man Menschen wie Herrn Larisch zum Beispiel gestern aus der Veranstaltung einfach helfen kann. Weil ich meine, Ärzte sind auch nur Menschen und die können nur so weit eine Impfung verpassen, wie da hilfreich die Regierung sein wird. Danke Ihnen. Dann jetzt Gerd Nienhaus. Ja, wir haben ja über Bildung gesprochen und auch gemerkt, dass Digitalisierung in der Bildung auch angekommen ist und weiter ankommen muss. Da war auch der Digitalpakt 1 mit Annex 1 bis 3 sehr hilfreich, auch wenn es in Hessen sehr lange gedauert hat, der Söhren weiß es, bis das Land Hessen teilweise die Dinge dann runtergebrochen hat auf die Kommunen, auf die Schulträger. Meine konkrete Frage ist, ist ein Digitalpakt 2 geplant, insbesondere für die weitere Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler und für intelligente digitale Präsentationsmittel wie Displays? Klare Frage. Ich würde aber trotzdem sagen, wir schaffen noch eine Frage. Und zwar ist das die Frage von Henry Spardau. Guten Abend, Henry, Ortsverein Greifswald. Ich habe eine Frage zu dem bereits angesprochenen Pflegetarifvertrag. In der Einführung von Bärbel-Bachs wurde das erwähnt. Die kirchlichen Träger haben dem ja nicht zugestimmt. Die Argumente, die ich gehörte, waren ja einmal, dass die Befürchtung war, dass die Arbeitsbedingungen sozusagen abgesenkt werden könnten, weil die kirchlichen Träger zum Teil günstigere Arbeitsbedingungen, günstige Vergütungen haben als andere. und zum anderen, dass nicht gesichert war, dass die Vergütungen auch in vollem Umfang in die Verabredungen nach SGB XI einbezogen würden. Beides hätte man nach meiner Auffassung vorher klären oder im Verhandlungsprozess klären können, weil... Jetzt bist du irgendwie weg, Henry. Jetzt ist es weg. Jetzt geht es nicht. Das habe ich nicht gesehen, wann ich weg war. Also die Frage richtet sich auf den Tarifvertrag. Hätte man das nicht bewirken können, dass einmal klargestellt würde, dass die günstigeren Regelungen auch anerkannt werden können oberhalb der Allgemeinverbindlichkeitserklärung, der geplanten Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Und hätte man das SGB XI nicht so ändern können und auch müssen, dass in vollem Umfang tarifvertragliche Abmachung einbezogen werden in die Pflegevereinbarung. Danke. Ja, vielen Dank. Bevor die Bärbel Baas jetzt antwortet, damit keiner nervös wird. Ich habe danach gleich zwei weitere Wortmeldungen. Karin Ackermann-Vollner und Klaus-Peter Schmidt. Aber ich würde jetzt trotzdem erst Bärbel Baas bitten, kurz zu antworten, weil ansonsten haben alle die Fragen vergessen. Übrigens, wenn ich zu lang antworte, muss ich mich auch bremsen, weil ich kann über diese Themen tagelang sprechen. Aber ich will vielleicht von oben anfangen. AstraZeneca, zweite Impfung. Hätte man das nicht anders machen können. Ich will das vielleicht noch mal erklären, worum es jetzt gerade geht, warum gestoppt worden ist. Wir haben Erkenntnisse oder nicht wir, ich sage immer wir, aber ich fühle mich da schon immer vereinnahmt. Aber wir haben ja ein Impfmanagement, wo das Paul-Ehrlich-Institut bei jeder Impfung, die gemacht wird, eine Meldung bekommt und prüft, ob zum Beispiel neue Nebenwirkungen auftreten. Und wir haben insbesondere in der Altersgruppe der 20- bis 50-Jährigen, insbesondere Frauen, muss ich dazu sagen, weil es war heute auch noch mal im Gesundheitsausschuss ein Thema, sogenannte, jetzt muss ich mal den Fachbegriff, ich bin keine Medizinerin, aber ich habe es mir auch aufgeschrieben, Sinusvenenthrombosen bekommen. Das sind nicht diese Beinthrombosen, die man so landläufig kennt. Und im Moment wird ja dieser Vergleich mit der Pille immer herangezogen. Als Frau finde ich ja gut, dass jetzt endlich auch mal alle mitkriegen, was für Risikofrauen eingehen, wenn sie die Pille nehmen. Aber der Vergleich hinkt ein bisschen. Diese Sinusvenenthrombose oder Hirnvenenthrombose ist schwer zu behandeln. Die ist sehr gefährlich. Und deshalb hat das Paul-Ehrlich-Institut empfohlen, die Impfung auszusetzen, und zwar damit genau geprüft werden kann, woran das liegt. Dass insbesondere Frauen zwischen, überwiegend Frauen zwischen 20 und 50, und das sind die Jüngeren und nicht die Älteren, die jetzt mit AstraZeneca geimpft werden, interessanterweise haben das Problem. Und wie gesagt, es geht nicht um eine Beinthrombose, die man auch gut behandeln kann oder vorbehandeln kann, sondern es geht um eine, die man wirklich nur schwer behandeln kann. Und deswegen war das Risiko jetzt so hoch. Und dieser Stopp, der wird jetzt nicht über Wochen gehen, sondern es handelt sich jetzt um ein paar Tage. Morgen entscheidet die EMA, die guckt sich auch die Daten noch mal an, und ob das zum Beispiel auch in anderen Ländern aufgetreten ist. Wir haben heute gehört, dass es in Norwegen extrem aufgetreten ist. Und wir noch nicht genau wissen, warum. Und Impfen, das ist ein großes Vertrauensproblem, weil wir impfen gesunde Menschen. Und wenn neue Nebenwirkungen bei neuen Impfstoffen auftreten, deswegen haben wir dieses Sicherheitsmanagement mit dem Paul-Ehrlich-Institut eingeführt. Und der Stopp ist jetzt nur aus Sicherheitsgründen passiert, dass man einmal noch mal auf die Daten guckt. Und es wird jetzt, ich hoffe, der Impfstoff, ich persönlich halte den immer noch für einen guten Impfstoff. Trotzdem muss man möglicherweise so etwas wie einen Beipackzettel machen oder eine Warnung ausgeben, wenn sich das bestätigt, dass man zumindest weiß, dass Frauen überwiegend zwischen 20 und 50, die vielleicht eine bestimmte Vorbelastung haben, besser nicht mit AstraZeneca geimpft werden. Und ich finde, das muss man jetzt mal einmal prüfen. Und wie gesagt, das dauert nicht wochenlang. Denn wir haben ja auch die Möglichkeit, gerade bei AstraZeneca, wer jetzt die erste Impfung hatte, zwölf Wochen danach kann man ja die zweite machen. Also wir haben eben auch Zeit, das jetzt zu entscheiden. Da entsteht kein Risiko. Selbst die, die jetzt den Termin hatten, vielleicht für eine zweite Impfung, man kann das hinten rausschieben. Damit verliert man nicht den Impfschutz, den man schon durch eine erste Impfung hat. Das will ich an der Stelle auch sagen. Und deshalb ist es wichtig, einfach einmal drauf zu gucken. Es kann zum Beispiel auch eine Charge sein, die verunreinigt ist. Es kann ein Produktionsproblem sein. Also muss gar nicht an dem Impfstoff hängen. Und das muss jetzt einmal aus Sicherheitsgründen, finde ich, geprüft werden. Jetzt gibt es eine politische Debatte. Man kann sagen, man impft trotzdem weiter. Ganz ehrlich, die Verantwortung möchte ich politisch nicht tragen. Und das kann man so machen. Aber wenn, ich sage mal, der umgekehrte Fall wäre passiert. Das Paul-Ehrlich-Institut hätte empfohlen, zu stoppen. Und der Gesundheitsminister hätte gesagt, ich impfe einfach weiter. Die paar, die da an so einer Hirnvenenthrombose versterben, mein Gott, 0,000, was da alles für Zahlen in der Öffentlichkeit rumgeistern. Ich möchte nicht erleben, die Person, die es trifft, ob die das auch so als statistischen Minimalwert sieht. Deshalb finde ich, innerhalb von einer Woche kann man, glaube ich, das jetzt prüfen. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, je nachdem, wie die Entscheidung morgen auch der EMA ist. Wenn die EMA zum Beispiel entscheidet, AstraZeneca behält die Zulassung. Es ist weiterhin ein guter Impfstoff. Wir müssen aber eine Impfaufklärung machen. Die, die weiter geimpft, wenn wir weiter impfen, müssen zumindest die Personen zu diesem Risiko gewarnt werden. Oder kriegen einen Beipackzettel oder einen Infozettel. Und können sich dann entscheiden, ob sie sich trotzdem impfen lassen oder nicht. Ich finde, das ist schon ein richtiger Weg. Deshalb muss man jetzt keine Angst haben, dass man die zweite Impfung nicht erhält. Es ist übrigens so, bei der zweiten Impfung, dass wir im Moment auch sagen, sollte AstraZeneca zum Beispiel die Zulassung verlieren, wovon ich nicht ausgehe, aber es könnte ja theoretisch alles passieren, dann wird natürlich im Moment schon geprüft, dass man die zweite Impfung, kann man auch mit einem anderen Impfstoff machen. Es gibt schon Studien aus anderen Ländern, wo die zum Beispiel gesagt hat, man kann dann auch mit Biontech die zweite Impfung machen. Das ist überhaupt kein Problem. Also insofern muss man keine Angst haben, dass man die zweite Impfung nicht bekommt. Und wir werden, es gibt jetzt auch natürlich die, die jetzt den Termin schon hatten und der kurzfristig abgesagt wurde, die werden natürlich informiert, sobald es wieder losgeht. Und dann werden die Impfungen auch eingehalten. Also insofern kann ich hoffentlich die Sorge ein bisschen nehmen. Aber es ist wichtig, dass man einmal prüft, was dahinter steckt. Ist es eine Verunreinigung? Ist die Produktion irgendwo schief gelaufen? Ist es etwas, was man tatsächlich als minimales Risiko ansehen kann? Oder muss man vielleicht auf bestimmte Personengruppen, die vielleicht eine bestimmte Vorerkrankung hatten oder die hatten vielleicht ein bestimmtes Medikament, alle sieben, die da plötzlich und zwei davon oder drei verstorben sind, hatten die zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, irgendein Blutdrucksenker, alle den gleichen und das passt miteinander nicht zusammen. Sondern ich finde, das muss man einmal mal kontrollieren. Das schafft auch Vertrauen, dass man weiß, da wird genau hingeguckt. Da wird nicht einfach, sag ich mal, wie wild geimpft, sondern dass wir schon nochmal drauf gucken, dass dann auch nichts passiert. Weil das ist, denke ich, auch für die Zukunft wichtig. Weil wir werden ja irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir so viel Impfstoff haben, dass wir in eine Situation kommen, auch die, die ein bisschen zögern, überzeugen zu müssen, dass dieser Impfstoff gut ist und dass er wirkt vor allen Dingen. Und ja, ich denke, damit habe ich die Frage so ein Stück weit beantwortet von der Familie Mündel. Der Gerd Nienhaus hat gefragt, Digitalpakt. Also wir haben ja nochmal Geld nachgelegt. Erstens damit insbesondere Familien, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben, auch nochmal mit Geräten ausgestattet werden. Wir werden auch nochmal nachlegen. Im Moment ist im Gespräch mit den Ländern auch so eine Art Bildungsmilliarde nochmal, wo wir sagen, wie wollen wir Leistungsdefizite aufholen? Wie wollen wir die Schulen weiterhin digital ausstatten? Ich will auch sagen, das wird nicht alles der Bund stemmen können, sondern wir sind da mit den Ländern in Verhandlungen, weil eigentlich ist das eine Länderaufgabe, aber wir wissen, dass wir als Bund da unterstützen müssen. Ich gehe davon aus, dass es nicht bei diesem einen Digitalpakt bleibt, obwohl ich zugeben muss, der Sören weiß das, wir haben da mehrere Milliarden zur Verfügung gestellt und es sind erst 300 Millionen abgerufen worden von den Ländern. Also da liegt noch sehr viel Geld, was noch gar nicht verplant ist. Also ob wir nochmal drauflegen müssen, ist die andere Sache. Ich glaube aber, wenn es nötig ist, tun werden wir das tun. Da habe ich gar keine Zweifel, aber im Moment sind die drei Milliarden, die wir in dem ersten Paket hatten, noch gar nicht abgeflossen. Da haben die Länder noch gar nicht alles abgerufen. Also da ist noch so viel Spielraum, um die Schulen noch besser auszustatten als jetzt. Das war ja von, der Gerd Nina hat das gerade angedeutet, von Land zu Land unterschiedlich abgerufen und umgesetzt worden. Und insofern will ich nur sagen, dass wir jetzt noch eine Bildungsmilliarde reingeben. Da geht es aber eher darum, Lernrückstände aufzuholen, Schulsozialarbeit vielleicht nochmal zu stärken, einfach um die Schülerinnen und Schüler, die jetzt durch die Schließung der Einrichtung große Defizite mitbringen, dass man die aufholen kann. Also da legen wir nach und was die Digitalisierung insgesamt angeht, werden wir noch richtig Geld reinstecken müssen, weil wir an vielen Stellen noch besser werden müssen, nicht nur im Bereich der Schule. Pflegetarifvertrag. Ja, es ist sehr ärgerlich, dass ausgerechnet die Caritas einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag verhindert hat. Damit will ich nicht sagen, dass die Caritas schlechte Tarifverträge hat. Im Gegenteil, sie hat Tarifverträge und trotzdem muss man sagen, dass da ist in der Kommunikation einiges schiefgelaufen. Es ging nicht darum, dass dieser allgemeine Tarifvertrag dann für alle gilt und der bessere von der Caritas wird dann nicht mehr angewandt. Das ist völliger Blödsinn gewesen. Und wenn ich hier, ich weiß, das wird zwar in YouTube übertragen, aber wenn es stimmt, dass Jens Spahn sich die Dienstgeber der Caritas eingeladen hat, um ihnen zu sagen, ihr müsst das hier nicht unterschreiben, diesen Vertrag, weil ich regle das schon irgendwie in einem Pflegegesetz, dann ist das ein Hintertreiben eines flächendeckenden Tarifvertrages, den wir gebraucht hätten, insbesondere bei denen, die gar keine Tarifverträge haben. Uns ging es immer darum, da eine Besserung hinzukriegen, wo es keine Tarifverträge gibt. Und das finde ich eine Katastrophe, was da passiert ist. Und das lasse ich der Caritas schon an, weil das hätte sie erkennen müssen, dass es nicht darum geht, dass ihre Tarifverträge runtergesetzt werden, sondern dass wir endlich eine Möglichkeit haben, da, wo es keine Tarifverträge gibt, einen politischen Fuß reinzukriegen, indem wir den für allgemeinverbindlich erklären. Und wenn man so will, hat die Caritas eigentlich die Arbeit gemacht für die privaten Pflegeanbieter. Und ich sage mal, der Herr Brüderle, der ja der Chef dieser Organisation ist, der wird den Champagner aufgemacht haben, weil er das nicht mal verhindern musste, sondern weil es die Caritas für ihn getan hat. Und deswegen, ihr merkt das gerade, ich bin stinksauer darüber. Nicht auf die Caritas oder auf die Kirchen, aber auf die Caritas schon ein Stück weit, weil das hätte man anders machen können. Und was wir jetzt versuchen, ist natürlich, das über ein Pflegegesetz zu regeln. Und Jens Spahn hat auch einen Vorschlag gemacht, dass Tarifverträge anerkannt werden sollen bei der Zulassung. Das hört sich erst mal gut an. Guckt man aber dahinter, ist die Frage, was soll denn da angewandt werden? Wer verhandelt den? Der ortsübliche, der vor Ort irgendwie der geringste ist, soll dann refinanziert werden. Also das ist eine Riesenbaustelle und wir fangen quasi bei Null an. Und was ich nicht möchte, ist jetzt immer nur über Mindestlohn Tarifverträge reinzugehen. Also ich finde, die Pflege hat mehr verdient als nur einen Mindestlohn. Und wenn man einen Mindestlohn macht, müsste er bei 20 Euro liegen, wenn wir ehrlich sind. So und ein Tarifvertrag, da geht es nicht nur um Lohn, da geht es auch um Arbeitsbedingungen. Da geht es um Urlaub und andere Verfahren. Und da habt ihr mich jetzt echt oder Henry hat mich da jetzt echt schmerzhaft getroffen, weil da bin ich so sauer drüber, dass das, wir haben so hart als SPD dafür verhandelt. Wir haben mit Verdi und einem Arbeitgeber einen Tarifvertrag gefunden, den hätte man prima anwenden müssen. Und wie gesagt, ausgerechnet die Caritas verhindert das. Das macht mich so ärgerlich, weil ich nicht weiß, ob wir in dieser Legislatur da noch was hinkriegen. Also wir versuchen das, aber ich fürchte, wir kriegen das nicht mehr hin. Und dann hat die Caritas ja auch einen Fehler gemacht. Das wird sie dann wahrscheinlich selber merken, denn sie verlässt sich jetzt drauf, dass Spahn sein Versprechen irgendwie einlöst, dass er das über ein Gesetz löst. Und das sehe ich noch nicht. Und insofern haben wir überhaupt nichts gewonnen in der Pflege. Und die Pflege braucht das so dringend, dass es endlich bessere Tarifverträge gibt, weil wir sonst auch die jungen Leute, die jetzt in den Beruf gehen, nicht halten werden. Und das wird die Situation verschlechtern. So, und jetzt höre ich auf, weil sonst rede ich mich weiter in Wut. Aber das, wie gesagt, ich verspreche euch, wir versuchen noch eine andere Regelung zu finden, die dem Anspruch gerecht wird, dass wir Tarifverträge, richtig, richtige Tarifverträge, nicht von irgendeiner Pseudo-Gewerkschaft verhandelte, sondern richtige in die Pflege kriegen. Das ist unser Anspruch. Und dann bin ich gespannt, ob die Union tatsächlich es ernst meint, das tatsächlich gesetzlich regeln zu wollen. Das werden wir dann, es wird zum Schwur kommen und wir werden dann sehen, ob die das tatsächlich umsetzen. Vielen Dank, Bärbel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast an den Reaktionen. Du hast auf jeden Fall den Nerv der Runde hier getroffen. Und ich glaube, wir werden die Passage bei YouTube mal rausschneiden. Ich will das mal morgen der Fraktionsöffentlichkeitsarbeit sagen, weil ich glaube, besser kann man das, mit mehr Emotionen kann man sich auf den Punkt bringen. Ich habe jetzt weitere Wortmeldungen. Das ist einmal die Karin Ackermann-Vollner, Klaus-Peter Schmidt und danach Eckhardt-Schulze. In der Reihenfolge bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe schon gerade geschrieben. Ich muss mich leider gleich ausklinken, weil ich schon noch eine Sitzung habe. Das häuft sich jetzt in Corona-Zeiten. Das ist unglaublich viel. Man kann den ganzen Tag von morgens bis abends eigentlich hier sitzen. Und ich finde es toll, dass wir aber über diesen Weg zusammenkommen. Und ich finde es auch gut. Ich bin ja nun Vertreterin eines freien Trägers der Kinder- und Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit am Marburger Stadtteil Richtsberg, einem großen Stadtteil in Marburg mit besonderem Förderbedarf. Und also, was wir so feststellen, ganz kurz gefasst, ist wirklich, dass in der Bevölkerung, ich habe es auf dem Chat schon versucht, schnell anzuschreiben, große Verwirrung in der Bevölkerung besteht. Und also, was jetzt geht und was nicht, geht ein Hin und Her, vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran. Und für den einen gilt das eine und für den anderen das andere. Wir können das den Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr logisch vermitteln, weil wir es selbst von der Logik her ja eigentlich gar nicht nachvollziehen können, weil es da keine Logik gibt in dem Ganzen. Wichtig ist das für die nicht deutschsprachige Bevölkerung. Da stellen wir halt immer wieder fest, dass sie auch sehr beeinflusst sind von ihren Heimatsendern. Also auch, was die russischsprachige Community vor allem anbelangt, aber auch die arabische, also die russische. Wenn ich mit denen spreche, da kommen unglaubliche Vorstellungen bezüglich des Impfstoffes und des Impfens und des Verhaltens damit, des Umgangs damit. Es gibt auch ein großes Misstrauen in vielen dieser Bevölkerungsgruppen gegenüber staatlichen Hilfen, weil man einfach von der Heimat her gewöhnt ist, dass man dem Staat grundsätzlich misstrauen muss. Und das ist einfach etwas, wir müssen sehen, wie wir an diese Menschen kommen. Also im Einzelgespräch geht das, in großen Gruppen funktioniert das nicht, digital sind sie oft nicht drauf. Es ist eine schwere Zeit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, aber wir müssen unbedingt diese Gruppen mit aufklären. Grundsätzlich, ich bin jetzt gerade momentan in den letzten drei Tagen in diesem in Berlin stattfindenden Kongress Armut und Gesundheit. Der findet ja nun schon seit vielen, vielen Jahren statt. Und es ist eigentlich immer noch schlimm, dass wir keine Verbesserungen in den 20 Jahren des Wohlfahrtsstaates feststellen konnten. Und dort ist auch festgestellt worden, das will ich nur mal hier reintragen, dass eigentlich die Gesundheit als ein wirkliches Grundbürgerrecht verstanden werden muss bei uns. So wie das zum Beispiel auch in Südkorea oder Neuseeland ist. Da ist einfach die Ansiedlung dieses Themas ganz weit oben. Und da arbeitet man zusammen als Querschnittsthema an diesem Ganzen, an dieser Problematik. Und diese Public-Heals-Strategie, daraus müssen wir, glaube ich, jetzt lernen aus Corona-Zeiten, dass wir da unbedingt daran arbeiten, dass uns so etwas nicht nochmal auf die Füße fällt. Das hat ja auch, ich würde mal sagen, die Welt schüttelt den Kopf über uns. Und das ist nicht mehr das, was wir der Menschheit in Bezug auf den fortschrittlichen demokratischen Westen und der Demokratien weitervermitteln können. Das ist unglaubwürdig inzwischen. Also wir verspielen da auch an ganz anderer Stelle was auch in Bezug auf Europa-Freundlichkeit. All diese Dinge stehen, also das sind einfach, ich weiß, das sind jetzt global größere Schritte, aber wir müssen ja auch gucken, wie kommen wir da jetzt raus. Ich habe jetzt ein bisschen einen Sprung gemacht. Was habe ich noch gesagt? Wichtig finde ich eigentlich auch, dass wir, da haben wir auch ein Papier dazu verfasst, auch an die Politik bei uns hier, dass die Jugendarbeit zum Beispiel unbedingt wieder stattfinden muss. Auch die offene Jugendarbeit, das geht nicht nur um Schule. Und selbst wenn Schule nicht vollständig im Präsenzunterricht stattfinden kann, sondern im Hybrid-Verfahren und Hybrid-Unterricht bleibt den Jugendlichen unendlich viel Zeit, die sie irgendwo rumplempern, wo sie auch Blödsinn machen, sag ich mal. Da fallen sie dann wieder dem Ordnungsamt und der Ordnungsmacht auf die Füße. Das wollen wir ja auch nicht. Und da muss es unbedingt etwas geben. Also wir haben unser Haus abgeschlossen und wenn wir die Tür aufmachen, stehen da echt die Jugendlichen und wollen uns sehen. Und da brauchen wir finanzierte Spucktests täglich. Wir brauchen sie täglich. Und für eine Familie, die meinetwegen drei Kinder hat und das öfter einsetzen muss, denen kann man keinen Spucktest noch nicht mal für drei Euro, wie die Frau Giffey ja jetzt letztens angekündigt hat, zur Verfügung stellen. Das muss wirklich kostenfrei sein, sonst kommen wir da nicht in die Puschen und wir verlieren diese Generation mehr und mehr. So, das bleibt mir jetzt auf dem Herzen. Das muss sich jetzt alles schnell loswerden, weil ich mich ja dann auch leider verabschieden muss. Und ich wollte das mit in die Runde geben. Ich kann leider Ihre Antwort, Frau Bas, jetzt gar nicht mehr hören und die Diskussion. Aber ich glaube, das ist bei Ihnen allen gut aufgehoben. Und auch dir, Sören, danke für die Einladung und einen schönen Abend noch. Und ich denke, ich höre, was daraus geworden ist. Das werden wir merken. Danke. Tschüss. Tschüss und vielen, vielen Dank für die auch klaren und offenen Worte, weil gerade die offene Jugendarbeit, wir alle wissen ja, wie wichtig sie ist. Also insofern sind die Worte auf jeden Fall angekommen. Danke und eine gute weitere Auszeitung. Dann habe ich jetzt als Nächsten auf meiner Liste Klaus-Peter Schmidt. Ja, die Runde. Ich komme aus dem Ortsverein Mühlheimer Main. Ich bin Beschäftiger des Paul-Ellich-Institutes. Ich bin da, naja, nicht mehr ganz so in der Materie drin, da ich in der Funktion als stellvertretende HPR-Vorsitzende vom BMG ziemlich weit am Puls der Zeit bin. Und im Moment sind ja wieder die Haushaltsverhandlungen. Und da kann ich sagen, mich wundert, dass das RKI so gut gearbeitet hat und so gut funktioniert hat. Wir sind seit Jahren in den Geschäftsbereichsbehörden personell auf Kante genäht. Zum Jahrtausendwechsel hatten wir 20 Jahre lang jedes Jahr eine 1,5-prozentige Einsparungspflicht. Also es ist traurig, aber ich kann eigentlich sagen, in solchen Krisen, da haben wir hinterher immer Personal gedrückt. Vorher waren wir der Einsparposten. Also das kann auch so nicht weitergehen, weil irgendwann knallt es mal so, dass überhaupt nichts mehr da ist. Also da müsst ihr im Bundestag wirklich mal ein bisschen über euren Schatten springen und nicht nur Sicherheitsbehörden, die Waffen tragen, entsprechend Stellen geben, wie es auch schon war, sondern Graz RKI, Paul-Ehrlich-Institut, OSB-Farm, das sind auch Sicherheitsbehörden. Das zeigt sich jetzt. Vielen Dank. Danke für diesen Aspekt. Jetzt hat Eckhardt Schulze sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich komme hier aus Marburg und habe eine ganz konkrete, ganz konkrete Frage. Herr Bartol, Marburg. Bürgermeisterwahl, Stichwahl steht an in zwei Wochen. Ich verstehe nicht, dass es nicht für mich, wenn es sichtbar, eine Teststrategie hier in Marburg-Biedenkopf gibt. Ich weiß nicht, wo kann man sich informieren, dass man einen Test bekommt, einen Schnelltest. Also ich weiß zwar, dass ich am Testzentrum einen bekommen kann. Ansonsten sind Apotheker und so weiter, die schütteln mit dem Kopf und sagen, ja, wir sind noch nicht beauftragt vom Gesundheitsamt. Ich hätte eine ganz konkrete, keine großpolitische Frage oder bitte, endlich mal konkrete Zahlen zu sagen, wie viele Tests gibt es, kann jeder zweimal in der Woche ab, ab 1. März, nein, ab 15. März kann jeder sich testen lassen. Warum oder wann fangen endlich die Tests für die Schülerinnen an? Für mich ist es unverständlich, dass wir Schüler wieder zu Hause lassen müssen, obwohl ich also aus der Schule heraus bin. Aber mit zweimal in der Woche durchzuführenden Test sehe ich eine große Chance, dass genau dieser Bereich, der ja immer wieder in der Diskussion steht, dass dieses Thema endlich mal und bitte fangen Sie in Marburg wegen mir an. Das muss nicht in der Bundesrepublik gleich überall sein, sondern vielleicht einfach mal in Marburg ganz konkret, weil das geht mir, also mir geht es ziemlich auf den Nerven. Ich habe heute eine schwangere Tochter besucht, war heute Morgen im Testzentrum, hat mich testen lassen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass man überhaupt nicht weiß, wie viele Tests, wo gibt es die, wo kann ich die machen und da eine Strategie aufzusetzen. Und da kann ich Ihnen nur, also ich hoffe nur, dass Ihr Parteifreund, Herr Dr. Spies, in den letzten zehn Tagen, die er noch hat, bevor er womöglich dann nicht mehr OB ist, dass die Chance nutzt, da nochmal was zu tun. Weil das finde ich also unverständlich, weil wir lesen überall, es gibt Tests, aber ehrlich gesagt ist mir nicht klar, wie viele Tests gibt es denn? Gibt es welche zu kaufen? Gibt es welche? Ja, ich weiß es nicht. Also das als konkrete Bitte, einfach mal nicht bundesweit, sondern mal nur für Marburg, Stadt Marburg, da was zu tun. Und zwar eigentlich nur kommunikativ. Ja, das habe ich verstanden, auf jeden Fall. Ich meine, Herr Schulze, natürlich soll Thomas Spies das auch nach der Stichwahl weitermachen, weil er dafür wirklich hervorragend geeignet ist, weil er nicht nur, weil er Arzt ist, sondern weil er das auch organisatorisch gut hinkriegt. Dafür kämpfen wir. Das ist aber jetzt nicht Thema der heutigen Veranstaltung, weil wir ja keine Oberbürgermeisterwahlveranstaltung haben, sondern weil wir uns ja hier sozusagen, und deswegen ist es auch wichtig, dass Sie das auch so dezidiert ansprechen, mit den Fragen, wie geht das mit der Teststrategie weiter? Und ja, das hat die Kollegin Baas ja auch gesagt, wir haben keine wirkliche Teststrategie, sondern wir haben sozusagen den Versuch, die Löcher, die wir vorfinden, jetzt Stück für Stück inhaltlich zu füllen. Und ich kann das sagen, weil Leute, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie mein gesamtes Berliner Büro versucht hat, Schnelltests zu machen. Die einen waren erfolgreich, die anderen nicht. Die einen haben in der Apotheke A nichts bekommen, in der Apotheke B, da sprach sich dann der Flur von oben, gab es dann nochmal einen Schnelltest. Also insofern ist das eine unbefriedigende Situation. Ich glaube, das war auch das, was meine Kollegin gesagt hat. Wir brauchen mehr Tests, wir brauchen dann aber auch Tests, wo dann auch sichergestellt ist, dass das Ergebnis, was man hat, auch, dass das auch handhabbar ist. Wir haben das ja alle mitbekommen bei den Aldi-Tests, nicht nur, dass da irgendwie 300 Leute morgens vor dem Aldi standen und es dann am Ende pro Jahr, ich glaube, drei oder vier Tests gab. Daran sieht man übrigens, dass solche Dinge staatliche Daseinsvorsorge ist. Ich habe nichts dagegen, wenn es das im Aldi gibt, aber organisieren und machen und hinkriegen muss es der Staat, weil das ist nicht etwas, wo ich den freien Markt alleine die Dinge regeln lasse. Dann vielleicht ein Punkt, weil Sie haben ja Marburg auch angesprochen. Wir haben in Marburg eine Firma, die gerade dabei ist, zum Beispiel in der Zulassung den Google-Test auch mit der, ich glaube, 94-prozentigen Sensitivität hinzubekommen. Es muss auch einfacher werden. Wir müssen es einfacher bekommen. Sie wissen ja auch, Sie haben es ja selber gemacht, Sie haben ja die Möglichkeit, in Marburg ins Testcenter zu fahren. Wir haben auch einen kommerziellen Anbieter, Stichwort am Aquamar, wo man sich mit im Internet wirklich super schnell, ich glaube, im 15-Minuten-Zeitraum, da war ich auch schon, Termine buchen kann. Der Plan funktioniert wunderbar, aber am Ende muss das alles regelmäßiger werden, einfacher werden. Und ich sage hier auch in aller Deutlichkeit, einmal testen pro Woche ist nice to have. Bärbel, du kannst mir gerne widersprechen, aber es rettet und bringt uns nicht weiter. Es ist zu wenig. Es ist natürlich der sozusagen geschuldet dem, dass es einfach noch zu wenig gibt, aber einmal pro Woche testen ist keine Teststrategie. Und deswegen müssen wir, da bin ich voll bei Ihnen besser werden und ich nehme das auch nochmal mit. Ich gebe das auch wirklich gerne weiter, wenn Sie sagen, da ist irgendwo auch Informationsbedarf, gerade was Marburg und den Landkreis angeht. Vielleicht kann man das noch ein bisschen verbessern und für den Rest würde ich jetzt überleiten, wieder an Werbe. Ja, und ich will vielleicht dann direkt mal in umgekehrter Reihenfolge die Liste jetzt machen. Ich will einfach nur ein Beispiel aus Duisburg nennen. Duisburg hat 14 Testzentren aus, als klar war, der soll kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Einmal in der Woche hat Duisburg einfach gesagt, wir machen 14 Testzentren auf in jedem Bezirk. Die haben sofort mit einer Firma, mit einer Digitalfirma, so ein Online-Buchungstool aufgesetzt und das läuft reibungslos. Also man bucht sich da online ein, man kriegt sofort so eine Bestätigung, fährt damit, sucht sich aus. In jedem, bei uns sind das Bezirke, Stadtbezirke in unserer Stadt, sucht sich aus, wo ich hinfahre, wo ich hin will. Und dann kann ich per E-Mail mir diesen Barcode ausdrucken, dann fahre ich da hin. Also es gibt schon viele kreative Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Aber was wir natürlich als SPD von Beginn an bei Spahn kritisiert haben, es nützt nichts, eine Verordnung zu schreiben. Da steht drin, Sie haben Anspruch auf einen kostenlosen Test, wenn ich da nicht sicherstelle, dass ich den auch kriege. Also es nützt mir nichts, wenn auf dem Papier steht, ich habe einen Anspruch, aber vor Ort wird er nicht umgesetzt. Weil die Leute nicht wissen, ja, wo kriege ich den denn jetzt her, muss ich den selber bestellen? Und auch, selbst wenn er recht hat als Gesundheitsminister, dass er in der Zuständigkeit da nicht, dass er nicht zuständig ist, sondern die Länder. Aber dann muss ich doch mich hinsetzen mit den 16 Gesundheitsministern der Länder zusammen und sagen so, wie viel braucht ihr? Was ist für Schulen notwendig? Wie können wir die Produktion anheizen? Wir haben das ja eingefordert beim Impfen und Marburg ist ja ein passendes Beispiel dafür. Da haben wir ja jetzt eine Impfstoffproduktion wieder aufgebaut. Aber auch das mussten wir erst einfordern. Also ich erwarte schon, dass ein Gesundheitsminister, wenn er sowas sagt, dann auch mit den Verantwortlichen, selbst wenn er nicht selbstverantwortlich ist, sagt, komm, an einen Tisch, meinetwegen Testgipfel oder Testtaskforce oder was auch immer, sondern muss man klären, was braucht ihr? Und ich sage mal, eine Produktion von Tests ist wesentlich einfacher als eine Impfstoffproduktion. So und die Firmen, die ich kenne und mit denen ich gesprochen habe, sagen, wir können recht schnell Millionen davon produzieren. Ihr müsst uns nur sagen, wie viel. Und natürlich kann man auch als Bund sagen, wir geben zumindest für Schulen, Kitas, Jugendhilfe eine gewisse Abnahmegarantie. Also das kann man alles machen. Man Rahmenverträge, das ist alles möglich. Und deshalb finde ich, muss man die Kritik auch mal an die richtige Stelle wenden. Also wir haben das wirklich angemahnt. Und dann ist uns vorgeworfen worden, das ist alles Wahlkampfgetöse. Ja, kann man, klar sind wir auch irgendwann jetzt im Bundestagswahlkampf. Aber ich finde, man muss, wenn man gemeinsam in einer Koalition ist, auch irgendwo mal sagen, wo die Verantwortlichen sind. Und wenn viel über Verordnungen und Länderverordnungen läuft und viel über die Bundesregierung, dann muss ich als Abgeordnete auch mal sagen dürfen, was ich erwarte und dass das nicht richtig läuft. Und deshalb, es gibt gute Beispiele, wie andere Städte es schon machen. Und ich hoffe, Marburg, da gehe ich von aus, ich kenne ja den Kollegen, der ja jetzt in die Stichwahl geht, auch ganz gut. Also da kann man Möglichkeiten finden, wie man Testzentren aufbaut, einfach auf einer Homepage dann der Stadt auch informiert. Wie komme ich da dran? Also ich hoffe, das wird jetzt auch relativ zügig umgesetzt. Und da gehe ich von aus, dass das in Marburg auch passieren wird. Aber das Grundproblem ist einfach, dass man was ankündigt, eine Erwartung weckt bei den Menschen, die da nicht eingehalten werden. Das ist beim Impfen genauso passiert. Am 27.12. hatten wir die erste Impfung groß angekündigt, Impfzentren, im ganzen Land große Impfzentren aufgebaut. Und dann kam da irgendwie so ein kleiner Karton mit einer Impfdose. Und von der Kommunikation und Sprache her hatten alle den einen, oh, jetzt am 27. geht los. Ja, wir wissen, es wird nicht so viel sein, aber jeden Tag wird neu geliefert. Und plötzlich gab es keine Lieferung mehr. Dann gab es mal wieder eine. Also das, was viele hier schon angesprochen haben, die Kommunikation in einer Pandemie, wie ich meine Entscheidung auch erkläre oder warum Friseur aufmachen darf und der Kosmetiker nicht. So, das muss man gut begründen und kommunizieren, weil wir auf der Strecke jetzt, und das merken wir ja alle, die Menschen jetzt nach einem Jahr Stück für Stück verlieren. Und ich sage immer, wir kommen da nur gemeinsam durch mit Solidarität, aber wir verlieren die. Und bis hin zu dem, was am Anfang gesagt wird, bis hin, dass die Menschen mittlerweile davon reden, dass es ein Regierungsversagen ist. Das ist ein katastrophaler Zustand, weil am Ende ist es so, dass einfach viele Menschen mit den Füßen abstimmen, sich an die Maßnahmen einfach nicht mehr halten werden, weil sie sie nicht mehr verstehen. Und das ist etwas, das darf uns einfach nicht passieren, weil es einfach zu gefährlich ist, weil das Virus ist nicht harmlos. Es mag sein, dass viele Menschen keine Symptome haben und vielleicht nicht erkranken, aber dieses Virus mutiert weiter. Es kann irgendwann auch wieder gefährlich werden. Es kann sich auch mal wegmutieren und harmloser werden. Das wissen wir alle heute nicht. Aber ich finde, damit muss man umgehen. Und ich glaube, die Menschen haben einfach die Erwartung, dass eine Gesundheitsministerin, eine Kanzlerin vorneweg ihre Maßnahmen auch erklärt. Das hat am Anfang auch gut stattgefunden und zunehmend merken wir, dass Erwartungen geweckt werden, die nicht eingehalten werden. Und dann bin ich lieber eher zurückhaltend und bereite vielleicht eine Teststrategie erst vor, bevor ich verkünde, dass jetzt der Anspruch da ist. Und nicht erst nur, weil ich schnell sein will, eine erste Schlagzeile haben will, was verkünde, was ich da nicht einhalten kann. Das fällt einem sehr schnell auf die Füße und die Erfahrung macht der Gesundheitsminister gerade an erster Stelle, dass ihm sowas auf die Füße fällt. Es hilft nichts, einfach über Twitter was zu verkünden, was man hinterher nicht einhalten kann. Klaus-Peter Schmidt hat gesagt, ja, das ist das, was ich gerade sage. Wenn wir wichtige Behörden haben, auf die wir uns verlassen, wie das BfArM, also das Institut, was auch die Arzneimittel und so weiter prüft, Zulassung macht. Das Robert-Koch-Institut, was sehr stark im Fokus steht und eben auch das Paul-Ehrlich-Institut, dann muss ich sie auch in Zukunft ausstatten. Dann muss ich auch sowas wie eine nationale Vorhalte machen für Schutzmaterialien, für Tests. Vorhin habe ich im Chat kurz aufgeflackert, wenn wir wieder die Apotheke der Welt werden wollen, müssen wir Produktionsstätten hier sichern, in Europa sichern. Wir müssen gucken, dass ein Wirkstoffhersteller, dass es in der Welt nicht nur noch einen gibt, sondern dass wir mindestens zwei oder drei Standbeine haben. Denn wenn einer ausfällt oder wenn einer sagt, ich drehe den Hahn zu oder auf, dann sind wir da so abhängig von. Und ich erinnere mal daran, dass wir vor der Pandemie Arzneimittelengpässe hatten, Lieferengpässe. Mein Schilddrüsenhormon gab es auf einmal nicht mehr, was ich jahrelang bekommen habe. Da will ich mal daran erinnern, das haben viele schon wieder vergessen. Das liegt daran, weil viel ausgelagert wurde, weil die sogenannten Generika, wo die Patente frei sind, die sogenannten Nachahmerprodukte in anderen Ländern, in Indien, Asien, in China produziert werden. Und wenn ich da nur noch einen habe und die Produktion fällt aus oder der sagt, ich mache das nicht mehr, dann haben wir nichts mehr. Dann fehlt ein wichtiger Wirkstoff und daraus muss man lernen. Das ist dieser Public-Health-Ansatz, dass wir sagen, bestimmte Bereiche, die müssen wir jetzt stärken, nicht nur für diese Pandemie, sondern auch für die Zukunft. Das muss zur Daseinsvorsorge gehören. Und was den Gesundheitsbereich angeht, da muss man auch sagen, das haben wir sehr auf Wirtschaftlichkeit, Ökonomisierung getrimmt. Das war so dieses Mantra, das muss alles wirtschaftlich sein. Und was haben wir jetzt davon? Die Pflege wurde kaputt gespart. Ich sage mal, Bereiche wie Geriatrie, psychische Belastungen, die sind eher unwirtschaftlich, werden nicht mehr gemacht. Das gehört aber alles zu einer Rehabilitation, fällt oft weg. Und das sind Dinge, die wir jetzt aufbauen müssen oder zumindest da, wo es sie noch existiert, auch behalten müssen. Wir müssen Renditen begrenzen, wo wir können, müssen wir kommunale Häuser, wo es sie noch gibt, auch unterstützen. Und wenn es uns sogar gelingt, Dinge wieder zurückzukaufen, wo ich eher natürlich auch frage, ich will da nicht zu viel versprechen, aber wir müssen das im Blick haben. Denn es wird nach der Pandemie eine Diskussion geben und deshalb macht es schon den Unterschied, ob ich SPD bin oder nicht. Es wird eine Diskussion geben nach der Pandemie. Was brauchen wir alles wieder nicht mehr? Also vorhin ist ja angesprochen worden, dann wird das Personal wieder abgebaut, brauchen wir jetzt nicht mehr, läuft ja alles wieder. Und das darf uns nicht passieren. Und deswegen haben wir jetzt auch diesen Ansatz, die Daseinsvorsorge klar zu definieren, die Bereiche zu stärken, die wir brauchen, die Ökonomisierung nach Möglichkeit zurückzudrängen, da wo es jetzt schon geht und für die Zukunft. Und wie gesagt, dass die Renditen zumindest bei denen, die in privater Hand sind, so zu begrenzen oder sie zu zwingen, dass sie Gewinne auch wieder in die Häuser, in die Gesundheitsversorgung investieren. Zumindest große Teile davon. Also das ist der Ansatz, den wir brauchen. Und wie gesagt, das haben wir auch alles schon formuliert, aber ich finde, das muss man jetzt auch nach vorne bringen. Und das wird den Unterschied auch machen bei einer Wahlentscheidung am Ende, weil wir hören ja jetzt schon von der Union, das muss alles wieder zurückgedrängt werden. Das ist alles viel zu viel und schon gar keine Steuern erheben. Das wird ja alles noch blockieren. Aber natürlich muss das auch finanziert werden. Und deshalb ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Karin Ackermann-Vollner, da will ich nur kurz darauf an, sie hat das angesprochen. Sie hat sehr, sehr stark das auch noch mal beschrieben, wie wichtig das ist und dass wir die Jugendhilfe nicht vergessen. Und das hängt eng damit zusammen, dass wir jetzt auch sagen, wenn wir eine Teststrategie haben, dann muss insbesondere die Jugendhilfe. Wir brauchen eine Kommunikation auch für Menschen mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte, die vielleicht vieles so nicht verstehen. Ich komme aus Duisburg. Wir haben eine große Schwierigkeit, die Rumänen und Bulgaren, die in unserer Stadt leben, aufzuklären, was das Thema Pandemie angeht. Dass die die Maske tragen, weil wir erreichen sie auch nur an ihren Plätzen. Wir machen das, indem wir die aufsuchen, in der Tat. Und die haben natürlich Probleme, den Staat anzuerkennen, weil sie oft auch diskriminiert worden sind in ihren Heimatländern von staatlichen Behörden und Einrichtungen. Und die haben auch zum Teil Angst, wenn jemand mit einer Uniform vom Ordnungsamt auf sie zukommt, um ihnen zu helfen, dann meinen die schon gleich, sie werden wieder verhaftet. Aber wir brauchen auch diese Menschen, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und deswegen fand ich das, was Karin Ackermann-Vollner gesagt hat, ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir da auch Aufklärung, auch in der Landessprache, dass wir da Leute finden, die von denen respektiert und anerkannt werden. Das hört sich jetzt als blöd an, aber für die Pandemie ist das wichtig einfach, dass wir an die rankommen. Und wir machen das, wie gesagt, in Duisburg, indem wir einfach diese Communities, die wir kennen, aufsuchen, mit Leuten da reingehen, die Sprache sprechen, die da auch aufklären können, erklären können, warum das hier so läuft, wie es läuft. Und das funktioniert dann auch ganz gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist aufwendig und man muss es machen. Wenn man es nicht macht, geht man in ein hohes Risiko. Bärbel, du siehst dann in Reaktionen hier im Chat, aber auch bei den Daumen hoch und dem Klatschen diese wunderbaren Funktionen, die WebEx so bietet, dass du den Nerv getroffen hast. Ich fand, das war ein wirklich ganz hervorragendes Schlusswort, weil es einfach nochmal zusammengefasst hat, worum es geht, wenn man gemeinsam in Solidarität durch eine Pandemie kommen will. Und warum es einfach nicht egal ist, wo man am Ende auch sein Kreuz macht und wohin es sozusagen auch geht, wenn man die Lehren aus dieser Pandemie auch zieht. Und vieles von dem, was wir ja jetzt auch als Mangel erleben, hat ja auch Ursachen. Und du hast das gerade wunderbar auch angesprochen, dass das eben auch unterschiedliche politische Vorstellungen sind, wohin dieses Land geht. Es ist eben nicht so, wie viele sagen, allen ein Sack, alles ist gleich, ihr unterscheidet euch doch gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Hier sieht man die klaren Unterschiede, das ganze Thema Daseinsvorsorge, der starke Staat, weil in einem schwachen Staat können sich dann auch nur diejenigen leisten, die genug Geld haben. Das sind alles Themen, die glaube ich jetzt auch gerade in Richtung Bundestagswahlkampf einfach rausgearbeitet werden müssen von uns auch als SPD, um auch deutlich zu machen, das ist es, worum es geht, wenn im September alle wieder, dann auch die, die jetzt bei der Kommunalwahl hier gewählt haben, alle wieder an die Wahl hoffentlich strömen, um ihr Kreuz zu machen. In diesem Sinne bedanke ich mich wirklich bei allen, die hier teilgenommen haben, die mitdiskutiert haben, sei es im Chat, sei es sozusagen dann natürlich auch hier in echt. Und Bärbel, dir nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch so geradeaus wunderbar Currywurst dann auch geredet hast. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Ganz viele Informationen haben wir alle bekommen. Auch ich lerne dann immer noch ein Stück wieder dazu aus anderen Fachbereichen. Und ich wünsche jetzt allen einen wunderbaren und schönen Abend und danke, dass Sie, dass ihr gekommen seid. Auf Wiedersehen und Tschüss zusammen.